Was ist die Rolle von Hermann Göring? Und die eigentliche Szene, was Hitler gegenüber auf der Lage dann passiert, das werden wir eigentlich erst in München erfahren, wo ich in den nächsten Szenen, die ich habe. Haben Sie noch Zweifel an Ihrem Befehl? Ich glaube, ich habe mich klar genug ausgedrutscht!